So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal RamsesderDicke und eben habe ich die Dezember-News rausgehauen, habe dann gedacht, okay, wenn Viridium zurückkommt, möchte ich unbedingt das 100er haben, weil mir das noch fehlt in diesem Trio Samstag vielleicht Rates für Zuschauer mit Viridium, Sonntag Rates für Zuschauer mit Viridium, egal ob jemand mitmacht oder nicht, einfach für mich selber, um genügend Rates zu haben, um die Chance auf das 100er überhaupt zu haben. Dann habe ich gesehen, okay, in den Dezember-News steht aber auch drin, dass am Samstag wohl ein Mega-Raid-Day ist. Ich habe gedacht, ist das jetzt Rex Blizzard, ist das nicht, weil Rex Blizzard ist ja zu dem Zeitpunkt als Mega-Pokémon da. Nein, es ist nicht Mega-Rex Blizzard. Und jetzt gab es News, was uns am Samstag erwartet. Überfordert mich schon wieder total, aber okay, okay, okay. Mega-Gewaldro, Mega-Logog, Mega-Sumpex geben ihr Debüt bei Mega-Raid-Tag auf nach Höhen. Wie können die sowas Brutales machen, wenn man guckt, was der letzte Raid-Day war und was der Tag davor war? Wir werden gefühlt, die Raid-Day ist immer brutaler, immer heftiger. Also das, von wegen der Dezember ist ruhig, im Dezember gibt es nichts, Dezember ist langweilig, enttäuscht. Dezember ist mega-brutal, wenn es schon mit diesem Raid-Day startet. Hier seht ihr die Mega-Form und da vorne Mega-Sumpex, für mich immer noch mein persönlicher Liebling, nutze ich von diesen drei Pokémon am meisten. Es sieht für mich am genialsten aus und gerade in der Mega-Form ist das einfach ein dicker Prügel. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Die neue Jahreszeit beginnt mit einem Raid-Tag zu den Starter-Pokémon aus Höhen und in diesem Zuge kündigen wir auch die Pokémon-Go-Tour Höhen an. Sind beim Event Mega-Raid-Day-Tag, auf nach Höhen, seid dabei, nicht Sinn, seid dabei und lasst euch den ersten Auftritt von Mega-Gewaldro, Logok und Sumpex nicht entgehen, denn danach könnt ihr erst wieder bei der Pokémon-Go-Tour Höhen Mega-Energie für diese Pokémon verdienen. Lest weiter, um mehr zu erfahren. Eigentlich wissen wir ja, dass wir so viel Mega-Energie kriegen, im Normalfall, dass wenn ihr einen Raid macht und möglichst schnell seid, beim Besiegen ihr schon genügend Energie habt, um sowieso das wenigstens einmal zu entwickeln. Es müssten also drei Raids reichen, von jeweils diesem einen Pokémon immer dann, um alle drei auch entwickeln zu können. Aber ein Raid-Day gibt euch ja immer zusätzliche Raid-Pässe. Also, lest weiter. Mega-Raid-Day-Tag, auf nach Höhen, Samstag, 3. Dezember, 22. Von 14 bis 17 Uhr Ortszeit, das ist wichtig. Neue Mega-Pokémon, Mega-Gewaldro, Mega-Logok und Mega-Sumpex geben ihr Pokémon-Go-Debüt in Mega-Raids. Alle drei können natürlich shiny sein nach dem Fang. Es gibt Event-Boni. Bei diesem Event gefangene Gewalt-Truppe herrschen die Attacke Flora-Statue, gefangene Sumpex-Aqua-Hobitze und gefangene Logok-Loe-Kanonade. Ihr erhaltet bis zu 5 kostenlose Raid-Pässe zusätzlich, wenn ihr während des Events die Fotoscheiben von Arenen dreht. Manchmal steht da bis zu 5, manchmal steht da 5 zusätzlich. Momentan haben wir ja 2 gehabt, 5 zusätzlich waren also 7. Da habe ich mich beim letzten Raid-Day schon gewundert. Aber 7 Pässe, das klingt auf jeden Fall richtig nice. Die Chance auf schillernde Gewalt-Rogok und Sumpex ist erhöht. Haben ja alle drei Seed-Day gehabt. Um das shiny sollte es jetzt nicht mehr unbedingt gehen. Aber ein bisschen Energie zu sammeln, alle drei zu entwickeln, das wäre auf jeden Fall fett. Event-Ticket gibt es auch noch dazu. Ihr könnt euch zusätzlich ein Event-Ticket holen für 5 US-Dollar. Könnt ihr ein Ticket erwerben, das die folgende Boni gewährt. Diese Boni gelten von Samstag, den 3. Dezember, 14 Uhr, bis Samstag, den 3. Dezember, 22 Uhr. 6 zusätzliche Raid-Pässe von Arenen, also insgesamt 12 an diesem Tag. Erhöhte Chance auf XL-Sonder-Bonbons, 50% mehr EP für Raid-Kämpfe, doppelt so viel Sternenstaub für Raid-Kämpfe. Ihr könnt diese Tickets natürlich auch wieder verschenken. Ich werde mir auf jeden Fall ein Ticket holen, weil wenn ich 6 Pässe kriege und dafür 5 Euro sozusagen bezahle, habe ich mir 6 Euro für 5 Euro gekauft. Also ich habe 1 Euro gespart. Und das vor Ort mit zusätzlichen XL-Sonder-Bonbons ist auf jeden Fall richtig genial. Ihr kriegt gratis noch ein bisschen Staub, ein bisschen EP dazu. Warum nicht? Ich würde sowieso sehen, dass ich bei 12 Raid-Pasen, ja 4, 4 mal Sumpex, 4 mal G-Waldro, 4 mal Logok mache. Ich hoffe, die Aufteilung passt auch so. Und ich werde wohl an diesem Tag unbedingt in Hibus sein müssen. Und versuche an diesem Tag irgendwie einen Livestream zu machen, wieder unterwegs zu raiden, von Arena zu Arena zu fahren. Man kann dort ja einladen. Wer also Bock hat und mit mir zusammen an dem Tag raiden möchte, ihr müsst versuchen, eure Raid-Pässe wegzukriegen. Ich versuche, meine Raid-Pässe wegzukriegen. Also mal schauen, ob das funktioniert. Die meisten werden wahrscheinlich wieder in Zaragoza rumhängen oder was anderes. Also ich denke mal, das wird auf jeden Fall vielen Leuten schmecken, die eine Gruppe haben, die eine Community haben. Das wird richtig genial. Raids für Zuschauer kann ich an diesem Tag leider nicht machen. Wäre auch wieder totales Chaos. Denn du bietest Zumpex an und alle stellen sich dann an für Logok. Wir haben das ja gesehen. Wenn ein Boss da ist, kann man ein Boss auch anbieten. Dann ist das okay. Wenn es zwei Bosse gibt, geht das auch noch. Bei drei ist schon wieder alles verkackt. So. Raids für Zuschauer wird es also davon nicht geben. Aber ich werde einen Stream machen, wie ich unterwegs bin und versuche, die zu raiden und alle drei zu bekommen. Habt ihr Bock? Seid ihr dabei? Raiden wir zusammen. Macht euch bereit. Samstag ab 14 Uhr geht es los. Mal gucken, ob diesmal alles klappt. Das Auto nicht wieder kaputt geht und liegen bleibt, wie beim Muttertier. Jetzt am Sonntag ist das Muttertier mit mir im Auto liegen geblieben. Musst eine Starthilfe kriegen. Ansonsten finde ich das jetzt schon mal ein guter Start in den Dezember. Wie findet ihr das? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out for Haut. Euer Ramses. Und ciao. Ciao.